Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Von der Action, äh, Abenteuer und fallenden Steinen. Die dann laut aufschreien. Das passiert auch nie. Ich nehm ich wirklich nicht. Das ist eine Unterstellung. Ja, schon wieder. Das ist schon die... Dritte, glaub ich. Oh, ich hab echt überhaupt keinen Lust die ganzen Steine hier auszutauschen. Na du lass es doch einfach. Nein, das muss ja jetzt gemacht werden. Wieso konnte das nicht einfach schön aussehen? So wie es war. Damals. Vor zwei Folgen. Gerade spielt hier Wild West Musik. Das passt super zu... Ah, mal als A. Was? Ich hab voller Schrock geschuldigung. Echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Boah, Alter. Schön. Ich hasse diese... ...ver... ...flugschissenen... ...kleinen Baby-Zombies, ey. Plötzlich kommt so ein... ...kleiner Rotzlöffel oben von so einer... ...von meiner Steinbrücke runtergesprungen... ...und mir auf den Kopf drauf. Nein, besuch! Das schreckt mich voll, ey. Geh weg, ihr geht alle weg. Geht alle weg. Ne, ich hab mich überhaupt... Aber du auch. Voll den... Voll die Sekte hier vor unserer Tür... ...ist mein Platz. So ein ganzes... Wer kommt denn da noch an? Was bist du? Ich will Freunde! Nein, der will keine Freunde. So wie der auch... In der Kirche, oder? Nein, die bei uns zu Hause vor der Osttür. Ist da noch einer? Ne. Okay. Vielleicht mal alle Niedermetzeln hier. Habe ich Angst, dass nochmal was von oben runterkommt. Und diesmal... ...mehr bunt macht, ne? Alles Gute von oben. Ja. Ich würde Creep halt nicht gerade als gut beschimpfen. Ach, was geht los? Die ist irgendwo in Pien in unserem Haus. Ich höre das genau. Man muss das nur positiv sehen. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Ich infiltriere in eurem Zimmer hier? Hallo? Keiner da? Ist das hier? Oh, ein Kuchen! Auf einem Tisch, den ich nie gebaut habe. Aber da fahrt mich gut zu einem, wie du passt. Ich habe doch gesagt, ich habe euch eine Überraschung da gelassen. Ja, weil ich nicht zu Hause war, Alter. Ich habe Schichten. Ich gehe doch nicht nach Hause. Ich habe ein Dach. Wo? Nö, aber oh, hier kann man ja... Alter, was ist denn hier so? Ich muss mal Landschaftsgärtner spielen. Hippiii! Jo. Ne, hier noch. Kacke. Ich dachte, ich bin fertig. Held-Dach, in Ordnung. Überraschung. Okay, aber ich bin ganz kurz durch. Ich bin sehen, das nicht... Ich bin zu Hause. Dann bin ich hier noch dran. So, dann ebbt das nach da unten hinweg. Perfekto. Tja, noch ein paar mehr Steine austauschen. Macht ja nichts. Ich muss immer so zwei Minuten warten, bis ich es dann geschnallt habe. Boah. Telefon. Nein, das ist nicht bei mir. Leise. Ja. Und bei euch so? Ja, ne? Mein Telefon. Ja. War ein wenig laut, oder? Bisschen. So. Ich muss das mal von oben betrachten. Ich hoffe, dass bei mir nie das Telefon hier immer so klingelt. Beides ist nämlich irgendwie der Lautsprecher kaputt. Und das hört sich dann an wie diese Musik, wenn einen der Slenderman krekt. Das ist total verzerrt und total furchtbar. Oh nein, der Slenderman ist bei Steffi. Ja, da ruft der Mann. Hmm. Ach ja. So ist das. So nicht an uns. Genau. Ach du Schätze, das ist nie los. So. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Ja. Kann man so machen, oder? So. Ich bin noch ein bisschen weg. Ah. Nein. Regnet es? Ja, es regnet. Ja, es regnet. Oh, es ist gewittert. Oh, es ist gewittert. Ich hab mich voll erschrocken. Mann. Ich bin auf dem Dach. Ich hoffe, mich erschlägt jetzt gleich nichts an. Und ich stehe im Wasser, das ist auch natürlich gut. Oh Gott, ich werde sterben. Nein, Steine können nicht sterben. Nein, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Oh Gott, ich werde sterben. Okay. Nein. Jetzt bräuchte ich eigentlich einmal mit Wasser, aber nö. Kein Bock. Boah, Alter, wo ist das da oben? Oh, die ist schön. Oh, ganz viel Brot. So, unter meinem Fluss ist jetzt ein Kohlevorrat. Irgendwie. Ein lot of Kohle. So, 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 so. Jetzt nehme ich die ganzen Blätter wieder mit. Pack die ganzen Steine da rein. Tschüss. Nee, die Schere brauchen. Äh, so. Nimm ich das nicht auch alles mit? Einmal, komm, neun. So, 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 so. Hilfe, Stunner, ich bin allein zu Hause. Äh, äh. Oh, das ist eine Hexe. Oh, falsch, jetzt gehe ich immer die Seiten runter, weil ich denke, da, ach, ich muss die, den Fluss ja wieder aufmachen. Das ist eine Spinne auf meiner Brücke. Weil ich von der Brücke spinne. Von unserem Häuschen hier oben aus, durch das Panoramafenster sieht das schon ganz schön aus, da hinten die Ecke. Was sieht da hinten schön aus? Ja, so dieses, mit der Kirche und dem Häuschen und dem... Achso. ...Eckchen dann bald. Und da rennt jemand rum. Das bin ich. Und der Strand sieht irgendwie den, äh, Sonnenschirm sehr deutlich. Warte, ich komme auch mal zum Häuschen. Doch, ich war, ich war letzte Folge da. Ich war ewig nicht mehr da. Okay, und so. Und von der Position aus sieht dort mein Rathaus wahrscheinlich auch noch schön aus, weil man dann nicht sieht, dass es, äh, noch nicht fertig ist. Da fällt es gar nicht auf, dass das Dach nicht fertig ist, dass es reinregnet. Die Kirche braucht noch irgendwas mehr Rotes irgendwie von hier. Du kannst also von hier aus den Strand sehen. Ah, doch, kann ich auch sehen, ja. Und die Kirche und so weiter. Ich dachte, vielleicht sehe ich jetzt hier voll den Moment, wie der Blitz oben an der Kirche entsteht. Okay, mit 15 Chunks kann ich das aber nicht komplett sehen. Den Strand ja, aber... Mein letzter Turm kann ich auch noch so gerade sehen. Äh, Zombie? Ist deine schon jetzt eigentlich fertig, Steffi? Äh, nö, also der Keller halt, ne? Und die ganze Einrichtung, aber die fehlt ja da überall. Das nächste Woche schon mal keiner mehr. Das ist so einer. So, kann ich das hier bauen? Ist es das? Nee, keine Druckplatte, bitte. Ach, du machst Ofenkartoffeln. Darf ich mir was nehmen? Pass das also ein Jahr auf. So, dann gucken wir uns mal an, was Steffi Schönes gebaut hat. Oh, mir fehlt eine Platte. Ne, nicht eine Platte, was glaube ich denn da? Nie was gesagt, ignoriert mich einfach. Das ist besser. Bei welcher Folge sind wir gerade? Äh, nicht Folge, bei wie vielen Minuten, man nicht. Äh, warte mal, ich habe meine Vorlage geöffnet. Ich muss da mal ganz kurz rumswitchen. Mach das da weg. Äh, 11 Minuten und 50 Sekunden. Ah, okay. Komm ich da hoch? Ja! Warte mal, dass ihr doof ist. Oder? Hört das so? Ich muss meine Vorlage wieder öffnen. Ich kann mir sowas nicht... Ich... Ich... Batsch hier immer voll gegen das Mikro, wenn ich mich vorlehne. Watt, 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 watt ist das denn? Hä, ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Wie stellt man diese Strohblöcke her? Diese was? Die Strohblöcke. Das ist gar nicht zwei lang. Oh, ich bin so doof. Strohblöcke? Stroh. Stroh, weiß ich nicht. Boom. Huch, was macht das denn? Watt, watt, watt are you doing, wer? So, ich bin blau. Boom. Weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Wer brennt denn hier? Na, du? Die freuen sich, uns zu sehen. Darum brennen sie. Brennt denn der nicht? Los, brenne! Feuerzeug anzündet. Oh nein, das kann ich nicht hören. Ich rette dich. Brandt noch irgendwoher? Ich habe es doch irgendwie gesehen. Ja, doch, wie brandt. Nein. Zu dunkel gerade, oder? Der schießt hier. Ja, es geht gerade den Sonderhaut runter. Ach, dammst du. Der guckt die Kühe an. Geweckt, das ist kein Recht auf die Kühe. Okay, Freunde. Ich muss nochmal Timer wieder anmachen. So. Jetzt muss ich... Och, ich bin so dumm. Ja, ich muss... Och, töte mich bitte einfach. Da gibt es alles keinen Sinn, was ich hier mache. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich bauen soll. Ich hätte irgendwie Bock, hinten bei Steffi ein großes Feld anzulegen. Aber ich weiß nicht, ob Steffi das will. Ich weiß noch nicht, wohin. Das muss erst noch alles gemanagt werden, was von mir hier ist. Ich würde sagen, irgendwann stehe ich nicht. Ich muss jetzt nochmal bei der Baubehörde erst mal anfragen, wo ich da die Bebauungspläne und so weiter machen darf. Hatst du das Dach gerade komplett abgeerntet oder nur die Kartoffeln? Nee, habe ich komplett gemacht. Alles. Ah, okay. Alles weg. Alles weg. Ähm, das und das und das und das. Und, ah, ich laufe in die falsche Richtung. Ja. Intelligent. So. So, 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 so. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich hier aus Versehen ein Zweier gebaut habe. Ich habe das falsch gesehen. Ich dachte, das wäre im Doppel. Doch, das ist schlimm. Wir werden alle sterben. Ach so, hier könnte ich auch einen Keller machen. Ich bin hier durch. Alles unter Kellern. Ja, das habe ich ja mit unserem Haus gemacht. Ich bin hier im Darmgarten. Oh nein. Da rote Männer. Rote Männer? Ja. Nein, 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 nein. Oh Gott, ein Zombie, ich werde so. Das sieht wirklich so nice aus einfach, was mir hier geschickt wurde. Das wird so toll aussehen. Guten Tag. Sieht auf jeden Fall cool aus. Eine Schwelle. Spendet bis zu schauen und mal sehen, was wir in der nächsten Folge schönes bauen werden. Und das ein Mini-Zombie. Oder zerstören werden oder was auch immer. Und ein... Tschüss. Tschüss. Tschüss.